Bedauerlicherweise habe ich Sie falsch eingeschätzt, Bond. Sie sind nur ein dummer Polizist. Sie haben ausgespielt. Na, da wird sich Dr. No wohl geirrt haben. Denn gleich tritt hier im ersten 007 in Aktion. Wir zeigen den Film James Bond 007 jagt Dr. No. Sean Connery jagt als James Bond 007 Dr. No. Mit diesem Spielfilm aus dem Jahre 1962 begann James Bond, der erfolgreichste Kinoheld unserer Tage, seine spektakuläre Leinwandkarriere. Raffinierte Actionabenteuer bestimmen das aufregende Geschehen, bei dem neben Sean Connery auch noch Ursula Andres und Joseph Wiseman ein Wörtchen mitzureden haben. Raffinierte Actionabenteuer